Matteo Messina De Naro, der Boss der Bosse der italienischen Mafia. Er war jahrelang die mächtigste Person innerhalb der Organisation. Er war früher sehr bekannt, als er sich noch offen durch die Straßen in seiner Stadt bewegte. De Naro soll auch einmal behauptet haben, dass man mit seinen Opfern einen ganzen Friedhof füllen hätte können. Die Lage wurde dann heiß um ihn und die Behörden erhöhten den Druck rund um ihn und so flüchtete er. Viele von den flüchtigen Personen werden schon nach einer kurzen Zeit wieder gefunden und dingfest gemacht. Doch nicht bei De Naro. Er konnte der Strafverfolgung jahrzehntelang entgehen, obwohl die Behörden auch Druck auf seine Verbündeten ausübten. Keiner wusste, wo er sich aufhielt. Es kam auch zu einer Mystifizierung seinerseits. Es gab nur alte Aufnahmen und Phantombilder. Es schien so, als könnte ihn niemand jemals finden. Die Jagd nach De Naro streckte sich dann bis ins Jahre 2023, wo die Behörden ihn endlich finden konnten. Doch er würde keine lange Zeit hinter Gitter verbringen. Heute besprechen wir die Geschichte von Matteo Messina De Naro, dem Boss der Bosse der italienischen Mafia. Wahrscheinlich der bekannteste Mafia-Boss, den die Welt zu dieser Zeit gesehen hat. Doch bevor wir ins Video starten, möchte ich mich noch schnell beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Das Thema Cyber Security ist auf meinem Kanal ein wiederkehrendes Thema. Daher habe ich mich dazu entschieden, mit CyberGhost zusammenzuarbeiten. Da wir im Alltag, aber auch beim Arbeiten meist auf öffentliches Internet angewiesen sind, wollen wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung auch sicher ist. Und da kommt CyberGhost ins Spiel. Das Programm funktioniert auf allen wichtigen Betriebssystemen und verfügt über mehr als 9000 Servern in 91 Ländern. Deshalb könnt ihr auch mit CyberGhost auch ohne Einschränkungen im Internet surfen. Außerdem könnt ihr auf 40 verschiedene Streaming-Dienste zugreifen und Inhalte sehen, die ihr von eurem echten Standort aus niemals anschauen könntet. Und als ob das noch nicht genug wäre, lässt sich die Software mit nur einem Abo auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Auch Freunde und Familie können dann auf CyberGhost zugreifen. CyberGhost ist äußerst benutzerfreundlich und man braucht keine technischen Vorkenntnisse, um das Programm verwenden zu können. Und über die Sicherheit müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. CyberGhost verfolgt eine strikte No-Logs-Policy. Das bedeutet, dass nicht einmal die Software selbst über eure Aktivitäten im Internet Bescheid weiß. Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, dann klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Damit erhaltet ihr 83% Rabatt und bekommt zusätzlich noch 4 kostenlose Monate obendrauf. Und dank der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie ist das Abo bei CyberGhost auch noch vollkommen risikofrei. Bei Problemen ist das Support-Team rund um die Uhr zur Stelle. Castelvetrano, Italien Die Geschichte des letzten Parten beginnt am 26. April 1962 in Sizilien. Er wurde in eine Mafia-Familie geboren, daher wurde ihm auch das Leben in die Wiege gelegt. Dass er so eine Schlüsselfigur werden würde, wusste wohl zu dieser Zeit noch keiner. Die Behörden und Medien bezeichneten die mächtigsten Personen innerhalb der Mafia als Capo di Capi, was für Boss der Bosse steht. Diese Titulierung wird hauptsächlich für Personen verwendet, die eine dominante Führungsperson innerhalb der Mafia sind. Der Vater war ein Mann namens Francesco Messina De Naro. Dieser leitete in den 70ern die Mafia-Familie von Castelvetrano. Sein Vater musste dann auch eines Tages untertauchen, doch die Behörden würden ihn nie fassen. Er verstarb dann im Jahre 1998. Matteo wurde schon in einem jungen Alter in den Lifestyle der Mafia eingeschult. Er lernte mit 14 Jahren schon, wie man mit einer Waffe umgeht. Mit 18 soll er dann angeblich seinen ersten Mord begangen haben und sei dadurch schnell in der sizilianischen Mafia aufgestiegen. Ab 1992 gehörte er mutmaßlich zur Führungsebene der Cosa Nostra, zusammen mit anderen extrem mächtigen Bossen zu dieser Zeit. Er gehörte zu dieser Zeit auch einem Gremium an, das die Maßnahmen gegen die Strafverfolgungsbehörden beschlossen. Die Mafia stand zu dieser Zeit in einem heftigen Konflikt mit den Behörden. Es kam in den 90ern zum Beispiel zu Bombenanschlägen und weiteren Aktionen, die den italienischen Staat herausforderten. Ein Mann lehnte sich gegen die Mafia auf und entschloss sich, ihren Einfluss zu schmälern. Giovanni Falcone. Er baute in den 80ern eine Sonderkommission zur Bekämpfung der Mafia auf. Die sizilianische Mafia machte durch zahlreiche Anschläge auf die Ermittler immer wieder klar, dass sie derartige Störungen ihrer Macht und Geschäfte nicht zulassen würden. Doch Falcone ließ sich von dem Ganzen nicht einschüchtern. Im Gegenteil, durch seine Arbeit konnte im Jahre 1984 ein großer Erfolg erzielt werden. Die Mafia-Größe Tommaso Buschetta konnte dazu bewegt werden, die Omerta zu brechen und so sagte er als Kronzeuge aus. Die Aussagen des Mafiosos waren von großem Wert für die Ermittler und führten auch zu vielen neuen Informationen sowie Verhaftungen. Falcone war aber noch lange nicht fertig. Er leitete als Untersuchungsrichter im Jahre 1986 den sogenannten Maxi-Prozess gegen rund 400 Mitglieder der Mafia. Der Prozess wurde seinem Namen gerecht, denn er dauerte rund 22 Monate, doch es war ein voller Erfolg für die Ermittler. Falcone war wohl für die Mafia eine zu große Gefahr geworden. Daher entschieden sie sich dazu, ihn aus dem Weg zu räumen. Wir schreiben den 23. Mai 1992. Falcone war gerade mit seiner Frau auf dem Weg zu seinem Wochenendhaus. Falcone stand unter Polizeischutz und so wurde er von drei gepanzerten Wagen begleitet. Durch die Mafia wusste wohl genau, wo er sich an diesem Tag befinden würde. Daher platzierten sie auf der Autobahn Sprengstoff, der ferngesteuert gezündet werden könnte. Das erste Auto der Kolonne hatte keine Chance und wurde mit voller Wucht erwischt. Falcone saß im zweiten Auto, er konnte noch in ein Krankenhaus gebracht werden, aber er erlag seinen Verletzungen. 20 Jahre nach dem Attentat konnten die Behörden den mutmaßlichen Lieferanten des Sprintstoffes verhaften. Dabei handelte es sich um einen Fischer. Ein Geständnis eines früheren Mafioso hatte die Ermittler auf seine Spur gebracht. Das Attentat auf Falcone stürzte Italien in eine regelrechte Krise. Nicht zuletzt wegen des berechtigten Verdachts, dass seine streng geheim gehaltene Ankunft von Mitarbeitern im innersten Kreis der Staatsmacht verraten worden war. Die Lage wurde immer heißer rund um Matteo Messina De Naro. Daher tauchte er im Jahre 1993 im Alter von 31 Jahren ohne eine Spur zu hinterlassen unter. Er wurde dann im Mai 2002 während seiner Abwesenheit zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Im Jahre 1993 wurde ein Grundstück von den Behörden durchsucht, was De Naro gehörte. Und dort fanden sie einen Brief, der an seine vormalige Freundin gerichtet war. Dort schrieb er, Die Suche war eröffnet, doch es stellte sich als schwieriger heraus als anfangs gedacht. Denn De Naro war verschwunden. Neben der italienischen Polizei suchte ihn auch noch das FBI, was ihn als einen der gefährlichsten Drogenhändler der Welt ansah. Er soll enge Kontakte nach Kolumbien sowie zur Trangheta gehabt haben. Im Jahre 2006 wurde der Pate der Cosa Nostra verhaftet und ab diesem Zeitpunkt galt De Naro als möglicher neuer Kopf der Cosa Nostra. Er entkam des Öfteren seiner Verhaftung nur knapp. Im Jahre 2000 griffen die Behörden auf einem Grundstück in Pranzazio zu, doch er konnte noch einmal flüchten. Die Quellen gehen davon aus, dass er generell die meiste Zeit seiner Flucht in Italien verbrachte. Die Behörden kamen jedoch einfach nicht an ihn dran. Daher versuchten sie den Druck auf ihn zu erhöhen, indem sie sein Umfeld dingfest machten. Sein Bruder Salvatore Messina De Naro soll wohl als Vermittler und enger Vertrauter von Matteo fungiert haben. Die Behörden konnten ihn dann im Jahre 2010 verhaften. Der Plan der Behörden war es, De Naro durch seine Festnahmen und Beschlagnahmungen von seinem Umfeld zu isolieren. De Naro soll sich aber ein Netzwerk von Komplizen in Sizilien aufgebaut haben. Daher kam er immer wieder den Verhaftungen aus dem Weg. Am 13. März 2018 wurden unter anderem 12 Männer gefasst, die mit De Naro in Verbindung gestanden haben. Es war dann schlussendlich die Erkrankung, die die Behörden auf die Spur von De Naro brachte. Es hatte drei Jahrzehnte gebraucht, doch nun waren sie ihm so nah wie noch nie. Die Polizei hatte die Wohnungen seiner Familienangehörigen verwandt und da fiel ihnen auf, dass immer wieder davon gesprochen wurde, dass jemand eine Krebserkrankung hatte. Es wurde zwar nie der Name von De Naro erwähnt, doch die Behörden entschieden sich dazu, die Spur zu verfolgen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sein Mann namens Andrea Bonafede in den Jahren 2020 und 2021 zweimal in Palermo operiert wurde. Andrea Bonafede war der Neffe eines verstorbenen Mafiabosses. Die Analyse der Telefonverbindungen Bonafede zeigten, dass dieser unmöglich zum Zeitpunkt der Operation in Palermo gewesen sein konnte. Daher war es sehr wahrscheinlich, dass jemand anderes unter seinem Namen operiert wurde. Als eine Person unter diesem Namen einen Termin in einer Privatklinik in Palermo buchte, war die Polizei alarmiert. Am Morgen des 16. Januars war es dann soweit. Mehr als 100 bewaffnete Polizisten standen bereit, um den Naro dingfest zu machen. Die Ermittler lagen richtig und es war wirklich De Naro, der in der Klinik stand und so wurde er widerstandslos festgenommen. Er gab ohne Umschweife seine wahre Identität als Matteo Messina De Naro zu. Nun war die Suche endlich vorbei nach 30 langen Jahren. De Naro galt seit seinem Untertauchen als ein Gespenst. Keine Überwachungskamera hatte je sein Gesicht aufgenommen. Es existierten nur einige Jahrzehnte alte Fotos von ihm. Er kommunizierte auch nur über schriftliche und verschlüsselte Nachrichten mit seinen Untergebenen. Die Geschichte von Matteo Messina De Naro endete dann am 25. September 2023 in einem Krankenhaus. Er erlag seiner Krankheit. Bis zuletzt weigerte er sich mit den Justizbehörden zusammenzuarbeiten. Das war die Geschichte des letzten Boss der Bosse Matteo Messina De Naro. Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Noch einmal ein großes Dank an den Sponsor des heutigen Videos CyberGhost. Solche Kooperationen unterstützen mich ungemein in meiner Arbeit auf YouTube. Mit dem ersten Link in der Beschreibung könnt ihr mit CyberGhost VPN sicher im Internet surfen und auch auf Geoblocking Inhalte zugreifen. Das alles zu einem unschlagbaren Preis mit Geld zurück Garantie. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.